Helikopter Junge Warum kommt der so nah, ey, krass Der schießt auf mich Wie kann ich den kaputt machen Geh da rein, geh da rein Wer legt denn so viele Fässer da vorne hin Zack, da haben wir das nächste Lambda-Versteck Ist das auch eins? Ich nehm den hier mal mit Das hat nicht ganz gereicht Warum macht der die Tafel dann immer automatisch an und aus? Weil die Energie verliert? Ah, ja, okay Krass Oh, fuck Die lassen einen aber auch viel rennen in dem Spiel Oh, da war sogar Munition Ich dachte, da wäre vielleicht so ein Schacht hinten dran Hilfsenergie beachten Ja, im normalen Half-Life war die Taschenlampe, hatte die unendlich Energie, ne? Das geht schneller als wenn ich Ich glaube, ich muss das Ist der Taub, da ist gerade ein Fass explodiert Jetzt habe ich über seinen ganzen Schutz hier Wie komme ich denn da hoch? Ich glaube, wenn er die Tür aufmacht, kommt irgendwo ne Leiter Ich glaube, ich werde dir ein paar Sorgen Ich werde dir ein paar Sorgen Ich werde dir ein paar Sorgen Kann man das irgendwie kaputt machen, dass das umfällt? Irgendwie ist man doch da hochgekommen. Muss ich da auf das Fass? Aber nicht hier. Ach, hier ist die Leiter. Lol, okay. Da ist die Leiter. Ich hab sie nicht gefunden. Wie viel Spielzeit hat das Spiel? Auch sehr viel. Also bestimmt auch 20 Stunden. Ich hab doch nix gemacht! Ich hab doch nix gemacht! Komme ich jetzt noch da rüber? Yes, okay. Kisten zerschlagen, macht ja Spaß. Ist das für euch zu dunkel, Leute? Ah, die sind ein bisschen wie die Headcrabs, ne? Die sind ein bisschen wie... Okay. Da hör ich noch was klingeln im Hintergrund. Leiter, sei froh... ...dass sie nicht nach dir suchen. Naja, ich weiß, das ist... ...supergeil. ...dass sie nicht nachdenken. So, okay. ...dass sie nicht nachdenken. Boah, Junge. Der ist ja richtig Wumms. Was haben wir denn hier? Das kenn ich gar nicht. Das ist Energie, glaub ich. Hä, dich gibt's auch noch. Hätte ich lieber schießen sollen, ne? Oh, wir haben schon eine Granate aufgehoben. Krass. Okay. Komm mir vor, als wenn du nicht AP verlierst. Ich hab die Schwierigkeit auf normal geschlagen. Kommt da noch einer? Okay, hier kann man Luft holen. Okay, hier kann man Luft holen. So, dann holen wir uns mal die Munition. Ah, ich musste sogar hier hin. Wenn ich auf dem Rohr laufen muss. Immer wo Gegner sind, ist man richtig, ne? Immer wo Gegner sind. Warte, da komm ich her, ne? So, dann warst du mich. Okay. Okay. Hier geht's weiter Verdammt, jetzt seh ich nix mehr Kommt man da jetzt nicht hoch? Shit Ich bekämpfe sie vor allem, damit ich Munition bekomme Die Dinger in Half-Life Alyx waren so nervig Ich glaub man muss voll der gute Schütze sein, um solche Dinger zu treffen Dankeschön, ich wollte erstmal die Kiste hier aufmachen So, die Taschenlampe Oh 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 Okay Das hätten wir Kann ich mir eigentlich Mit den Fässern Woher kam der denn jetzt? Könnt ich mir da nicht ne Treppe bauen? Wartet So Und dann stellen wir das nochmal hin Okay, müssen wir nochmal machen So Und das stellen wir jetzt richtig schön hier drauf Nein Nass mich doch nicht Nass mich doch nicht So Schade Ah, ihr seht die Physik war einwandfrei damals Gut Gut So Das klappt nicht, ey Das klappt nicht Okay Dann nicht Also Also Ich muss irgendwie Ich muss irgendwie da hochkommen Ach Gott Sehe ich das richtig? Aber von da oben kann ich nichts machen Okay, ich bin jetzt schon verwirrt Ich bin von da gekommen Yes Da oben kommt man aber wahrscheinlich nicht rein Ist das so gewollt? Ich bin irgendwie verwirrt Ich bin sehr verwirrt Chat, wisst ihr ob das so gewollt war? Da oben hin Oder muss man hier hochlaufen? Nee Lol, ich komme jetzt schon nicht weiter Also Ich habe das Gefühl hier muss einfach mehr Wasser drin sein, ne? Wie ging das denn hier nochmal? Wie ging das denn hier nochmal? Rotes Licht Ah, ich habe es gesehen Jetzt können wir das Wasser hochmachen Okay Jetzt können wir das Wasser hochmachen So So.